Na, jetzt bin ich aber gespannt, was nächstes Jahr so läuft. Na, das ist doch klar. Wir befreien das Kaiserreich. Das ist aber ein ziemlicher Ostziel, was? Und wer weiß, was überhaupt mit dem Kaiser passiert ist? Ja, das ist doch klar. Ja, das ist doch klar. Das ist doch klar.